Ein intelligenter Reißverschluss, der nur mit dem Fingerabdruck des Inhabers öffnet. Diese Vorrichtung stammt von einem Erfinder aus Welva und ist bereits patentiert worden. Sie einigten sich mit einer japanischen Reißverschlussfirma, die größte der Welt, und mit Marken wie Louis Vuitton, die diesen Reißverschluss in einigen ihrer Taschen verarbeiten wollen. Der Reißverschluss bietet viele Vorteile gegenüber dem klassischen Verschluss. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand etwas herausstehlen würde oder etwas Illegales ins Innere eines Koffers legt. Dieser Reißverschluss warnt sie und bietet eine höhere Sicherheit. Ihr Ziel ist, zwei Millionen dieser Reißverschlüsse pro Jahr herzustellen.